Ich will doch mal los mal probieren in dieser Runde. Ich will erstmal nichts machen, ne? Toplane ist auch nicht gut. Ich spiele jetzt in Champion, wenn man nichts machen kann. Ich gucke mir gerade so die Karte an. Hm, okay, Botlane kann man nichts machen. Hm, okay, Toplane kann man nichts machen. Hm, Mitte, hm, kann man nichts machen. Mein Champion ist useless. Im Vergleich zu den anderen Champion ist die Spieleaktion, also, wow, traurig, einfach neu. Ich bin sad. Ich bin einfach nur sad. Einfach nur sad. Ich wünsche, sie wäre gut. So ein schöner Champion, einfach ein Drache. Schaut euch an, wie wunderschön sie ist. Leider einfach nicht so gut. Siwana buff, boah, wenn Siwana zu Korea gebufft wird, ne? Heu, 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 ich werde einen Freunden tanz machen. Aber okay, wir fahren jetzt einfach, hoffentlich dürfen wir bis Level 6 zumindest kommen, oder ist das Game Over ist. Und danach ist glaube ich Toplane okay. Mitte auch. Warte, das ist gar nicht immer noch schwierig, aggressiv zu gehen. Defensive, glaube ich, ist einfach, aber aggressiv ist schwer. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die das gewinnen. Ich filme den Tanz. Was für Bachs will ich. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Irgendwas. Was. Aber was ist dies? Ich rzee. Gehen wir jetzt direkt nach irgendeinen? sicher ich glaube nichts ja wir lassen wir sind einfach effizient vielleicht können wir die golems contesten der war eine gute entscheidung nicht zu erwähnen der gd jetzt weg über mitte fischen bleiben was hier aus der kohle die macht aber clever der machen roaming engel roaming jungler wenn er läuft kann ich hier nicht drücken dämon tojiro dankeschön für den sub mit flippen kann tatsächlich sollte seine botzeit hier ab sein und er sollte dran sein also ein interesse aber den zu feiten er hat sich denkt gemacht cool wenn der pink und nicht entdeckt wird die chill 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 daddy chill Okay, das erlauben wir nicht. Geist. Geist, das erlauben wir nicht. Na, das ist wert. Ich weiß, ich bin kein Champion. Ich bin, for some reason, aber einfach fein. Nein. Nein, vielleicht war direkt drauf und können. Ja, stell dir mal vor, ich wäre ein anderer. Stell dir mal vor, ich wäre ein Champion. Habt ihr gemerkt, wie ich in diesem gesamten Fight nicht einen einzigen, der Match gemacht habe? Ich bin einfach traurig, jedes Mal von neu. Meine Hoffnung wurde da, wurde schon wieder, ich habe eine Key of Maokai, war die da? Ich glaube, ich habe die nie rausbekommen. Das Top-Land-Ding ist aber gar nicht mehr so schön, ne? Nein, wir machen den Dragon nicht. Das ist halt das Einzige. Okay, Dragon darf man hinten als Schwara normalerweise. Weil das ist halt recent gegangen, das kommt, wenn wir den nicht bänden. Okay, Leute. Ich bin gar nicht auf 6. Seid ihr bereit? Müssen wir den Dragon abgeben? Ja, ne? Wir haben sie ein bisschen überlebt. Aber das ist schon unser Dragon, ne? Alter, ich kann es nicht passen, das ist ein Range, oder? Ah! Das ist ein 50-50 gewesen, guys. Wir sind 50-50 gewesen. Das kann passieren. Kann ihn auch sonnen. Wenn man zu viert ist gegen zwei. Kann man auch machen. Ne. Das ist, glaube ich, auch das richtige Play. Aber man kann auch, wenn man silber ist, schreiben, good smite. Aber auch nur, wenn man silber ist. Naja. Ne, da gibt es keinen. Naja, das ist wirklich so. Das ist ein 50-50 gewesen. Du hast doch ganz genau gesehen, dass er mit seiner Q zusammen kombiniert hat. Hat irgendwie 800 Schaden gemacht. Ja, das ist halt, ich finde das halt sehr geil, ne? Weil das sind legit wirkliche Silber-Spieler, die der Meinung sind, nein, ich habe meinen Smite geintet. Die sind der festen Überzeugung, ich habe das geintet. Wenn das da einfach ein 50-50 ist. Ein pures 50-50. Beide Jugner sind in Range, haben beide Swells. Das ist halt, ich habe das geintet. Da ist 3. Dat ist halt, ich habe das geintet. Habe ich gleich Boots? Oh, ich habe die schon. Ich bin schon gegen Contest irgendwie, aber ich glaube, der könnte gone sein. Je nachdem, ob der jetzt gerade direkt angefangen hat, als ich basen war oder nicht. Und auch keine Wave. Nee, ich geh warm. Ja, also wir haben einen Mitte, aber das reicht leider nicht, um das Gate zu spielen. Nicht irgendwie hier aktuell. Ich hörte auch einfach nicht auf zu sterben. Wenn sie jemals reingeht, ist sie direkt tot, ne? Sekundig. Ja. 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 Bisschen Risky wegen Kennen, ne? Ich hätte vielleicht auch denen entgegen gehen können, aber ich wusste halt nicht hundertprozentig, was sie so haben. Oh, das ist leider kein Auto-Klamo kommen. Das ist so geil, ne? Oh, oh. Ich bin überhaupt gestorben. You are lucky I'm a Shaolin Monk, else I would have wished bad things upon you. Plus one. Wow, now let's go! Die Xai ist witzig. Das war auch ein Deutscher, ne? Der hat irgendwas deutsches geschrieben. Gibst du mir ein Wort? Oh mein Gott, die kommen alle. Der hat einfach zwei Tag. Watt? So. Guck. Hat er gekauft, ne? Rette mich! Da ist er noch, ne? Da ist er noch, ne? Wow! Okay, wow. Wie geht er von 0,6 hintereinander? Sterben zu zweimal hintereinander. Solo killen. Wie geht es genau? Wie geht's genau? Wie geht's also hin? To play through the attempt a Jinx? Wie geht's NEX? Wie geht's das? Das team ist zu verdeutbar. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Yo, Robin! Oh mein Gott. Kann ich mich töten? War das der Turret? Ne, das war einfach sie. Ich hab' ich in mich das gekauft. Hey, was? Sie hat eigentlich so viel Schaden? Ich hab' halt ge-greedet, dass ich meine Öl nicht nutze. Man hätte das langsamer spielen können, ne? Aber sollte man? Steht da jetzt von jemandem? Das wär' jetzt witzig. Oh! Der dritte Solo kill! Ey, wie geht das aber? Der stirbt sechsmal hintereinander und die Solo killt ihn dann dreimal hintereinander. How? Oh?! Oh, nicht. Hast du den Jump, Cassandra, oder nicht? Hast du den Jump? Ah, okay. Ich hab dich schon. Dragon 30 noch. Ein Camp, maybe. I tried my best. Thanks. What the fuck is this shit? It's okay, another player would have gone 0-6 with all that 1v3. And you lose game, happens. What is this? What happened? What happened? What happened? Oh my god. Why one shot did he not? Oh god. We missed Nash. Das ist überhaupt nicht gut. Ich kann das nicht halten. Nice try. Uiuiui. Bring mich noch einmal und dein Scheiß-Chorter landet morgen in der Elbe. Okay. Soviel zu Monk. Soviel zu Monk-Mäntel. 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 Ah, ah, keine End. Ja, das reicht doch. Können wir die irgendwie defenden? Also ich kann nicht, leider aber... Mit Exile? Wir wussten, der Rakan ist auch niemals aus der Base hierhin gerannt, um zu basen. Nochmal. Ich hab Brichwort 300 Gold. Scheiße. Ja. 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 so oh mein gott scheiße durch den wass haben Ich hab die Red Buff auf, ja? No smite, bro What's the Omega Koff? Ah, no What the fuck? What? What? XD? Go to the smartclaw guys Das Makro, was haben die denn in unserem Jungle gemacht? Okay, was ist das aber für ein MR-Item-Build, holy moly, wow Haben wir jetzt einfach gewonnen? Just smithed it down as well? Run it down! Let's go five mate, to be honest, high five bot Jetzt haben wir sie alle? Ah, die ist wirklich dort Da ist er ja nicht tot Was ein witziges Game Geil Sehr witzig Sehr, sehr witzig Schwaner ist broken Ja, nachdem man 20 Minuten lang afk ist, ist sie eng und stark Ja Der Oberhofer kriegt mein Honor Der war zumindest witzig Hatte Humor Nicht wie andere Leute hier Ne? Okay 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 Okay